guten morgen liebes forum die operation ist gelungen läuft wie nur berg halleluja wasser ist drin scheint zu klappen auspuff hat erstaunlicherweise jetzt richtig gut gepasst im vergleich zu vorher weil er war ja drei millimeter zu weit vorne jetzt bin ich am überlegen was mache ich noch alles neu funktionieren tut ja alles ja die stehbolzen christ du hast recht aber die sind jetzt so schön fest und die waren oberflächen verrostet also hat super geklappt 20 newtonmeter müsste halten ich werde eine weile fahren dann sehe ich das ja und mit dem zylinder abdrehen waren voller erfolg hätte ich nicht gedacht aber es hat geklappt erst rein ich bin zufrieden gut ich komplett hier mal näher jage damit durch den ort bis denne